Moin Leute, hier ist Tim und heute wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, wie kann ich mehr FPS aus meinem Gaming-PC rausholen, ohne mir eine neue Grafikkarte kaufen zu müssen. Wir wissen ja alle, Grafikkarten sind im Moment krass überteuert oder einfach Mangelware und wem seine Gaming-Performance nicht mehr reicht, der möchte vielleicht gerne upgraden, kann es aber nicht, weil die Grafikkarten zu teuer sind oder man einfach keine bekommt beziehungsweise seine Wunsch-Grafikkarte nicht bekommt. Und für diejenigen habe ich heute insgesamt sechs Tipps, wie ihr eure Gaming-Performance, also eure FPS in Spielen erhöhen könnt, ohne dass ihr eine neue Grafikkarte kaufen müsst. Tipp Nummer eins von mir ist, dass ihr eure aktuelle Grafikkarte einfach übertaktet. Viele Grafikkarten sind schon werkseitig übertaktet, manche etwas mehr, manche weniger. Wichtig ist auf jeden Fall, dass euch bewusst ist, dass eine Grafikkartenübertaktung nur etwas bringt, wenn eure Grafikkarte auch der limitierende Faktor in eurem Gaming-PC ist. Wenn ihr beispielsweise noch eine ältere CPU verbaut habt, dann kann es auch sein, dass eure CPU schon am Limit läuft und die Grafikkarte gar nicht voll ausgelastet wird in Spielen und dann bringt es auch nichts, die Grafikkarte zu übertakten, weil dann der berühmte CPU-Bottleneck bei euch am Start ist, also der Prozessor läuft am Limit und lässt die Grafikkarte nicht ihre volle Performance ausschöpfen. Mit einer Grafikkartenübertaktung kann man, je nach Modell und wie hoch euer Takt schon läuft bei der Grafikkarte, die ihr habt, bis zu 10% Performance rausholen. Das ist möglich. Interessant wird es, wenn ihr eure Grafikkarte dann auch noch undervoltet, also übertaktet und undervoltet. Das kann in manchen Fällen nochmal zu einer etwas besseren Performance führen, wenn nämlich die Grafikkarte schon an ihrem Powerlimit läuft. Dann kann man mit einem kleinen Undervolt ein bisschen Strom sparen und eventuell den Takt dann noch ein bisschen anheben, sodass man noch etwas mehr Performance aus der Grafikkarte rausholen kann. Ein Video zum Thema Undervolting habe ich letztens gerade erst gemacht. Das findet ihr nochmal in der Videobeschreibung. Tipp Nummer 2 von mir ist, dass ihr eure CPU übertaktet. Das sollte man in dem Fall machen, wenn die Situation genau anders herum ist, als die, die ich gerade beschrieben habe. Nämlich, wenn eure CPU der limitierende Faktor in eurem PC ist, also ihr vielleicht einfach einen etwas älteren Prozessor und schon eine etwas neuere Grafikkarte habt, dann kann es sein, dass die Grafikkarte ihr volles Potenzial nicht ausschöpfen kann, weil eure CPU einfach nicht gut genug ist und euer Prozessor sozusagen die ganze Zeit schon am Limit läuft und ihr dann quasi einen CPU-Bottleneck habt. Mit der Übertaktung von dem Prozessor kann man auch nochmal ein paar Prozentpunkte rausholen. Das ist dann auch wieder abhängig davon, welche Grafikkarte man dann in Kombination mit dabei hat. Und eine Übertaktung der CPU bringt eher was, wenn ihr in niedrigen Auflösungen spielt, also beispielsweise in Full HD, weil ein CPU-Bottleneck auch eher zustande kommt, wenn man in Full HD spielt. In 1440p ist ein CPU-Bottleneck schon relativ selten und in 4K tritt er eigentlich gar nicht auf. Also spielt ihr in Full HD und habt noch eine etwas ältere CPU, aber eine neue Grafikkarte, dann kann es tatsächlich was bringen, die CPU zu übertakten. Das müsst ihr in eurem individuellen Fall dann einfach mal ausprobieren. Tipp Nummer 3 von mir ist dann einfach, die CPU zu upgraden. Wenn auch vielleicht Übertaktung nicht mehr viel bringt, weil eure CPU schon so alt ist, dann kann es auch Sinn machen, einfach auf eine neue CPU abzugraden. Als Beispiel, ein Kollege von mir hat einen Intel Core i5 aus der 9000er-Generation gehabt, also schon noch ein relativ aktueller Prozessor, hat sich eine RTX 3080 angeschafft und dafür war tatsächlich der i5 teilweise schon zu schwach. Der hat jetzt auf eine Intel Core i9 geupgradet, eine aktuelleren, und dadurch tatsächlich auch noch etwas mehr FPS in seinen Spielen bekommen. Da muss man aber auch wieder auf die individuelle Konfiguration schauen, welche CPU, welche Grafikkarte habt ihr. Aber allgemein würde ich sagen, wenn eure CPU mindestens drei Jahre älter als eure Grafikkarte ist, dann kann sich ein CPU-Upgrade auf jeden Fall schon lohnen, weil dann kann man eigentlich schon davon ausgehen, dass die CPU schon etwas limitiert, hängt aber auch davon ab, was für eine CPU ihr genau habt, ob das damals schon ein Top-Modell war oder eher so ein Mittelklasse-Modell. Und das hängt auch davon ab, wie gut eure Grafikkarte ist. Wenn eure Grafikkarte auch eher ein Mittelklasse-Modell ist, dann wird man da wenig rausholen können, wenn ihr die CPU upgradet. Wenn ihr aber eine RTX 2070 Super oder so vielleicht habt, oder 2080 Super aus der Vorgänger-Generation quasi von Nvidia und dann aber noch eine drei Jahre ältere CPU, dann kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass da ein CPU-Upgrade was bringen kann. Hier ist es aber auch wieder so, ein CPU-Upgrade bringt hauptsächlich was, wenn ihr in Full HD spielt, weil CPU-Bottlenecks in 1440p und 4K einfach deutlich seltener sind. Tipp Nummer 4 von mir ist, schnelleren Arbeitsspeicher einzubauen. Dazu habe ich in der Vergangenheit auch schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich auch nochmal in der Videobeschreibung. Schnellere Arbeitsspeicher kann euch auch ein paar Prozentpunkte mehr FPS bringen. Das hängt natürlich auch wieder davon ab, was für RAM habt ihr schon verbaut und auf was könnte man noch so upgraden. Fakt ist aber auf jeden Fall, dass schnellerer RAM vor allem mit den AMD Ryzen-Prozessoren mehr bringt. Bei Intel-Prozessoren ein bisschen weniger, aber auch da kann sich ein RAM-Upgrade lohnen. Quasi ein neues RAM-Kit, was eine höhere Taktfrequenz und oder am besten beides niedrigere CL-Timings hat. Diese Werte sind nämlich beide wichtig. Aus den beiden Werten ergibt sich die sogenannte CAS-Latency und die sollte bei einem ordentlichen RAM-Kit eigentlich nicht mehr als 10 Nanosekunden betragen, besser halt noch weniger. Mehr als 10 Nanosekunden sind eigentlich nicht zu empfehlen. Da müsst ihr mal schauen, was euer RAM-Kit, was ihr gerade verbaut habt, so für einen Wert hat. Ich habe mal einen Vergleich gemacht mit beispielsweise einem Kit, was eine CAS-Latency von 14 Nanosekunden hat und einem anderen Kit, was eine von 9 Nanosekunden hat und das hat schon 5 Prozentpunkte je nach Spiel gebracht. Also in manchen Spielen bringt es weniger, da bringt es auch vielleicht nur 1 Prozent oder gar nichts, aber in anderen Spielen hat das auch 5 Prozent mehr FPS gebracht. Sehr gute RAM-Kits schaffen übrigens unter 8 Nanosekunden bei der CAS-Latency. Die sind aber auch schon sehr teuer, also da muss man auch immer noch ein bisschen schauen, wie teuer ist dann so ein RAM-Kit, auf das man upgraden könnte und lohnt sich das vom Preis-Leistungs-Verhältnis, dann überhaupt das Geld dafür in die Hand zu nehmen. Tipp Nummer 5 von mir ist, einfach mehr RAM zu verbauen. Das lohnt sich vor allem, wenn ihr nur 8 GB bis jetzt verbaut habt. Da könnt ihr eigentlich in sehr vielen Spielen dann mit einem Performance-Anstieg rechnen. 16 GB reicht eigentlich für 90 Prozent der aktuellen Spiele ohne Probleme aus, aber je nachdem, was ihr spielt, könnt ihr dann auch ein Upgrade auf 32 GB ein paar Prozentpunkte bringen. Das hängt auch immer ein bisschen davon ab, was für eine Grafikkarte ihr verbaut habt. Wenn ihr eine Grafikkarte mit wenig VRAM verbaut habt, vielleicht noch mit 4 GB, dann kann der Performance-Anstieg auch ein bisschen größer sein, vielleicht so zwischen 5 und 10 Prozent, weil durch den kleineren Grafikspeichern eurer Grafikkarte häufiger Daten aus dem RAM nachgeladen werden müssen. Und dann empfiehlt es sich natürlich, mehr Arbeitsspeicher verbaut zu haben, damit auf jeden Fall alle Daten, die man so braucht fürs Spiel, zumindest schon im Arbeitsspeicher drin sind und entsprechend man keine Nachladeruckler hat. Allgemein muss man dazu sagen, bei der Menge des Arbeitsspeichers geht es hauptsächlich darum, sowas wie Nachladeruckler zu vermeiden, also eure durchschnittliche FPS. Wenn ihr gar keine Nachladeruckler habt in den Spielen, die wird sich dadurch kaum verändern. Aber wenn ihr zwischendurch, vielleicht gerade in Open World Spielen oder sowas, mit Nachladerucklern zu kämpfen habt, dann kann sich mehr Arbeitsspeicher auf jeden Fall auch lohnen. Hier sollte man aber auch wieder, gerade in Verbindung dann auch mit der Schnelligkeit des RAMs, schauen, wie teuer sind die Kits so und lohnt sich das vom Preis-Leistungs-Verhältnis überhaupt. Tipp Nummer 6 und damit der letzte von mir ist, dass ihr euren PC vielleicht einfach mal von Staub befreit und schaut, ob alle Komponenten noch gut genug gekühlt werden. Das dürfte wahrscheinlich bei den wenigsten etwas bringen, aber auch eine schlechte Kühlung oder zu viel Staub im PC kann zu FPS-Einbußen führen, wenn eure Bauteile einfach zu heiß werden. Wenn CPU und Grafikkarte überhitzen, ich sag mal, wenn die so bei 90 Grad liegen, dann müsst ihr mal nachschauen unter Last, wie hoch da die Temperaturen so sind, dann kann es sehr gut sein, dass CPU und Grafikkarte ihre Taktfrequenz senken und ihr dadurch einfach weniger Performance und weniger FPS in euren Spielen habt. Also auch da kann es Sinn machen, vor allem, wenn ihr einen älteren PC habt, der vielleicht schon fünf Jahre bei euch rumsteht und ihr habt den nie sauber gemacht, mal reinzuschauen, zu gucken, ob da vielleicht irgendwas besonders verstaubt ist, ob alle Lüfter noch ordnungsgemäß funktionieren und ob ihr vielleicht allgemein genug Lüfter verbaut habt und einen ordentlichen Airflow in eurem Case habt. Also sind die Temperaturen zu hoch von CPU und Grafikkarte, dann kann sich auch eine bessere Kühlung, mehr Gehäuse-Lüfter für einen besseren Airflow tatsächlich lohnen, um mehr FPS zu bekommen. Das waren meine sechs Tipps, wie ihr mehr FPS aus eurem PC rausholen könnt, ohne dass ihr gleich eine neue Grafikkarte kaufen müsst. Damit könnt ihr vielleicht die Zeit, bis die Grafikkarten wieder ordentlich verfügbar und vor allem zu einem vernünftigen Preis verfügbar sind, überbrücken und braucht jetzt vielleicht nicht mehr über einen Grafikkarten-Upgrade nachdenken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.